Hallo, hier ist Cosmo und ich mache ein Video von meinem Tag, weil das Thema der Woche ist ein Tag mit uns. Ja, und ich bin eigentlich gerade aufgewacht, das ist mein Bett. Ja, und jetzt fange ich mal an, meinen Tag zu dokumentieren. Für euch. Und viel Spaß dabei. So, ich habe eben ein Paket bekommen von der Post. Ich weiß, was drin ist und ihr nicht. Ich muss mal gerade einen Cutter holen, damit ich das aufbauen kann. So, da ist es. WWE 13. Oh, das spiegelverkehrt alles. Na schön. Auf jeden Fall ist es WWE 30 für die Xbox 360. Wie schnell bei Saturn. Weil das irgendwie eben Saturn, das war glaube ich Sonntags Sale oder Midnight. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben die das da angeboten für nur 10 Euro. Und da musste ich natürlich zugreifen bei 10 Euro. Ich kann ja keiner nein sagen. Ich bin jetzt nicht so der riesen Wrestling Fan, ne. Aber das Spiel finde ich eigentlich ziemlich cool. Vor allem das mit Freunden spielen oder so. Ist eigentlich ganz chillisch. Für 10 Euro geht das fit. Ja. Na dann. Bis nachher. So, ich bin frisch geduscht und jetzt geht's weiter. Übrigens heute, also der Tag, an dem ich das Video heute mache, ist eigentlich Freitag. Weil heute mein Feiertag ist. Habt ihr gedacht, das ist eine tolle Idee, dass ich das heute schon mache. Ich hab zwar sonntags auch frei, nur wollte ich das Video dann am Sonntag schneiden und hochladen und ja, da hätte ich dann irgendwie keine Zeit mehr für gehabt, wenn ich meinen ganzen Tag hätte aufnehmen wollen. Bis zum nächsten Mal. Machen love to everybody's inner rear We got a winner here Captain of the drunken ship Everyone inside my crew is loving all this funky shit Because it's ill, it's dope, it's sick, it's fresh, it's tight Supercalifragilistice Get high so I can get low I'm Jack Sparrow and I'm Smoke Girl Any way that the wind blow They know I got a sick flow Get high so I can get low I'm Jack Sparrow and I'm Smoke Girl Any way that the wind blow They know I got a sick flow All across the seven seas Everyone can suck on these nuts God and heaven please I'll be home in seven knees up I'll be running shit even when I'm running slow Pocket full of Benjamins Closet full of home I got a swag in my step A blue bag on my jacket with two So, ich wollte jetzt eigentlich ganz hoch Sorry Vorher muss ich nochmal bei der Bank checken Ob ich überhaupt noch Geld hab Ah, zu diesem Monat bin ich ein bisschen Kinder Ich will gut in Geld ausgeben Ne, ich hab eigentlich noch Geld Ich hab mir von meinem Paypal-Konto was überwiesen Vorgestern Aber ich weiß halt eben nicht, ob das jetzt heute dann schon da ist Und, ähm, hä, mal gucken Wenn nicht dann Ich hab schon ein Problem Muss ich vielleicht nachsagen, wie zu meiner Mom fahren Die Schuld mir auch Geld Ja Übrigens, dieser heiße Typ da im Spiel Das bin ich Ich Sick, flau Ich bin gerade beim Haareschneiden Wie ihr seht Wenn ihr jetzt was seht Ich weiß gerade echt wie mein Eintritt da rumliegt Ja, ist ganz schön geworden Auf jeden Fall ganz zu viel Und jetzt kann ich auch wieder rausgehen ohne mich zu schämen Ja So Ich habe jetzt spontan entschieden Dass ich noch bei meiner Mama vorbeigehe Ich weiß noch nicht ob die da ist Das werden wir jetzt mal überprüfen Also Ja, genau Ich bin jetzt bei meiner Mama Und ich möchte jetzt beim Salat machen Aber ich darf meine Mama nicht filmen Weil ich gesagt habe, die sieht dann dick aus Genau Ja Warte, ich mach mal das Du hältst nicht den ganzen Salat Ich meine, wir wollen nicht den ganzen Salat essen Oder schaffst du das? Nein 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 Hier oben ist immer so ein bisschen braun Da kannst du so abzüggeln Und hier so gucken Immer die braunen Stellen mache ich weg Und So Das ist ein Loch Daher die Loch will ich auch nicht haben So und jetzt wird es besser Aber guck mal hier oben Kannst du immer noch den oberen Rand weg Du musst auch ganz schön pingeln blicken Ja, will nicht Und das hier in der Mitte Dann nehme ich meistens auch nichts mehr zu hart Echt? Ich mag das in der Mitte Ja, ok, dann mach das So Oh mein Gott, will I cry Ach, I'll try Oh mein Gott, will I cry Oh mein Gott, will I cry Du musst noch mal gucken was man das hier Papa, die sind ja nicht weise Was? Ja, ich bin mir unsicher Ja Das ist doch ein kleiner V-Ausschnitt Das sieht doch gut aus Man muss ja nicht immer alles eins wie das andere haben Ja Dilli Ja Kommt du mal Dann sitzen die vor der Dusche liegen Mal in die Wäsche Oh mein Gott Die Kracht Ja So, ich bin jetzt super sportlich angezogen Das liegt daran, dass ich gleich ins Fitnessstudio gehe Ich bereif mich mit Saralina Also mit meiner Mitwohnerin Die war gerade noch beim Tanzen Und ja Dann fahr ich jetzt gleich noch nach Und Aber ich zeig euch vorher noch ein paar coole Klemmzüge an meiner coole Klemmzüge Ich bin schon gestern Ich bin schon gestern Ich bin schon gestern Und das ist die Sabrina. Hi. Und wir gehen jetzt pumpen. So, wir waren jetzt im Fitnessstudio. Wir haben... 0 Uhr, also 12 Uhr. Das ist der Tag praktisch vorbei. Dicke Titten. Hat die gehört? Ach nee, das ist dein Rektan. Du Arsch, das ist nicht. Jetzt könnt ihr noch was männliche Beinbehaarung sehen. Wir haben 12 Uhr, ich muss morgen arbeiten. Ich muss morgen 9 Uhr aufstehen. Samstags arbeiten ist uncool. Weil wenn man 7 Stunden arbeiten muss. Das ist aber ja. Normale Menschen arbeiten 8 Stunden. Glaube ich das nur 5. 1,5. Ja. Ohne Pause, Sabrina. Die Pause wird abgezogen. Gut, dann habe ich ja auch nur 6,5 Stunden. und dann habe ich ja auch nur 6,5 Stunden. Puh. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Das ist ein Wunder schon. Ja. Und cool. So, jetzt liege ich ein Bettchen und werde jetzt schlafen. Ich hoffe euch hat mein Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.